Ab heute höre ich auf zu dienen und fange endlich ein Abzunehmen. Ab heute höre ich auf zu dienen und fange endlich ein Abzunehmen. Guten Tag, Sie werden sich in den folgenden Minuten mit schlank durch tiefen Entspannung beschäftigen. Es wird empfohlen, diese CD mindestens einmal täglich über einen Zeitraum von mehreren Wochen abzuhören. Versichern Sie sich bitte, dass Sie in den nächsten Minuten nicht gestört werden. Wir fangen nun an, uns zu entspannen. Mach es dir bequem und leg dich ausgestreckt hin. Atme tief ein und spüre dabei, wie der Atem durch deinen Körper geht. Und langsam wieder ausatmen. Entspann dich. Du atmest ein und langsam wieder aus. Mit jedem Atemzug spürst du, wie du dich tiefer und tiefer entspannst. Du fühlst dich ruhig und gelassen. Dir geht es gut. Atme weiterhin regelmäßig ein und aus. Finde deinen eigenen Rhythmus und lass dich durch deinen Atem tiefer und tiefer in den Zustand der völligen Ruhe und Entspannung führen. Lass deine Gedanken wandern. Mit jedem Ausatmen lässt du den Stress des Alltags weiter und weiter hinter dir. Und mit jedem Einatmen fühlst du dich voll frischer, positiver Energie. Nun spann deine kleinen Zehenmuskeln an und loslassen. Deine Waden anspannen und loslassen. Nun spüre deine Oberschenkel. Loslassen. Weiter geht es mit deiner Bauchmuskulatur. Anspannen und loslassen. Nun deine Brust. Auch hier anspannen und loslassen. Das selbe mit deinen Armen. Fühl deine Muskeln und loslassen. Abschließend mach ein Katzengesicht und rümpfe deine Nase und loslassen. Dein Körper fühlt sich leicht und frei an. Du hast jetzt eine Verbindung zwischen deinem Geist und deinem Körper hergestellt. Eine Einheit. Du entspannst dich immer mehr. Du fühlst, wie du ruhiger und entspannter wirst. Tiefer und tiefer. Dir geht es gut. Alle Geräusche, die du um dich herum wahrnimmst, tragen nur dazu bei, dass du dich tiefer und tiefer entspannst. Halte die Augen geschlossen und versuche, dir deinen Körper vorzustellen, so wie er jetzt ist. Akzeptiere die Realität deines Körpers. Du fühlst deinen Körper und du stellst dir vor, wie du gesund abnimmst. Du nimmst gesund ab. Versuche, eine Einheit zu werden. Mit dir, deinem Körper und deiner Umwelt. Du änderst deine Essgewohnheiten. Ganz einfach. Nun ist es an der Zeit, etwas für deinen jetzigen Körper zu tun. Ohne inneren Druck. Sprich vor dich hin. Ich akzeptiere meine Größe. Heute höre ich auf zu dienen und verwendlich ein Abzunehmen. Ich akzeptiere mein Aussehen. Ich akzeptiere mein Gewicht. Mein Leben und mein Körper gehören mir. Ich liebe mich. Auch wenn es am Anfang schwerfällt. Ich lebe gesund. Du willst sehen, es geht von Mal zu Mal leichter. Ich werde essen, was mir schmeckt. Wiederhole mehrmals den Gedanken. Gute, nahrhafte Dinge. Ich bin stolz auf meinen Körper, so wie er jetzt ist. Aber in passenden Portionen. Ich bin stolz auf meinen Körper, so wie er jetzt ist. Versuch dir nun, einen Tisch vorzustellen. Er ist immer für mich da. Auf diesem Tisch befinden sich jetzt Lebensmittel. Ich liebe mich, die du im Übermaß zu dir genommen hast. Du entwickelst ein positives Gefühl für deinen Körper. Zum Beispiel Süßigkeiten, Limonade, Alkohol. Er gehört zu dir. Und fettes Essen aus dem Schnellen. Sei stolz auf deinen Körper. Vervollständig diese Liste. Denn nur dann wird er bereit sein, aus diesem Grund, mit dir zusammenzuarbeiten. Hast du Übergewicht. Du kannst ihn fühlen. Du schaust dir diese Lebensmittel genau an. Er gehört zu dir. Es befriedigt dich nicht mehr. Wenn du dich anerkennst, dieses Essen möchtest du nicht mehr. Du wirst du von deiner Umwelt als Person anerkennen. Du entspannst dich tiefer und tiefer. Du bist gelöst und frei. Es geht ganz leicht. Stell dir vor, wie dein Traumkörper aussieht. Du konzentrierst dich ganz mühelos auf dein neues Körpergewicht. Du fühlst dich gut. Du ziehst dir gute, hilfreiche Energien aus dem Universum durch deinen Körper. Energien, die dir helfen, dein Ziel zu erreichen. Nun stell dir vor, dass du vor einer Wendeltreppe stehst. Einer Treppe, die zehn Stufen hinunterführt. Und mit jeder Stufe verlierst du mehr und mehr Gewicht. Bis du zum Schluss deinen Körper so siehst, wie er aussehen soll. Gesund, schlank und mit den Proportionen an der richtigen Stelle. Wir fangen an. Gehe nun von der zehnten Stufe hinab auf die neunte. Du verspürst dein inneres Glücksgefühl, wenn du an deine neue Figur denkst. Du stellst dir vor, wie du aussehen wirst. Es ist so einfach. Und weiter auf die achte Stufe. Du fühlst dich leicht und unbeschwert. Tiefer auf die siebte Stufe. Dein Bauch ist flacher geworden. Du kannst schon einen Gewichtsunterschied feststellen. Tiefer auf die sechste. Es geht alles ganz leicht und mühelos. Dein Körper hilft dir, die überflüssigen Funde abzubauen. Dein Körper und du, ihr seid ein Team. Und werft ganz mühelos überflüssigen Ballast ab. Gut gemacht. Noch tiefer auf die fünfte Stufe. Du siehst einen deutlichen Gewichtsunterschied. Weiter auf die vierte. Du fühlst dich ruhig und entspannt. Und weiter auf die drei. Du besitzt einen schlanken, gesunden Körper. Du fühlst dich fit und gesund. Die Welt gehört dir. Weiter auf die zwei. Versuche dir vorzustellen, wie du mit einem neuen Haarschnitt aussiehst. Neuen Kleidern. Vielleicht gehst du zu einer Typberatung. Mach das Beste aus dir. Du bist es dir wert. Tiefer auf die eins. Gratuliere. Du hast es geschafft. Du hast dein Idealgewicht erreicht. Bei dem du dich wohlfühlst. Du bist gesund und voller Power. Die Zukunft gehört dir. Du besitzt einen gesunden Körper mit wohlgeformten Proportionen. Du fühlst dich voller Elan. Dir geht es gut. Du siehst gut aus. Und während du dich mehr und mehr entspannst, dein gesamter Körper bildet eine harmonische Einheit mit deiner Seele. Nimmst du leichter und leichter ab. Dir geht es gut. Du möchtest kein Essen aus dem schnellen Biss körperlich umzählen. Du bist es dir wert, nur noch gute, gesunde Nahrung dir selber zu nehmen. Du möchtest keine süßen Limonaden und andere kalorienhaltige Träger nehmen. Ich liebe meinen neuen Körper. Du bevorzugst kühles, klares, gesundes Essen. Du beginnst die Kraft, die in mir und spürst die neuen Energien, die in mir wach werden. Und du merkst, dass du die Anerkennung bekommst, die dir zusteht. Und nun voller Schwung mit dir mitgehen. Von Männern und Frauen. Stell dir nun einen anderen Tisch hin. Du bist stolz auf dich. Einen Tisch, der mit gesunden Lebensmitteln gedeckt ist. Deine geistigen Möglichkeiten. Du siehst Früchte und Gemüse, sowie leckere, warme Gerichte, die dir schmecken. Du siehst das Leben positiv. Du verspürst deinen Appetit auf gesunde Nahrung. Die Möglichkeiten tun sich vor dir auf, die du früher nicht erkannt hast. Nahrung, die deinem Körper all die Stoffe zuführen wird. Jeder hat eine Chance. Die Tier braucht, um gesund zu sein. Du möchtest gesund leben. Du fühlst dich glücklich. Von allem Stress zu sein. Deine Mahlzeiten werden kleiner. Du hast einen perfekten Körper. Du bist mit Vernunft. Du hast einen perfekten Körper.